Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft auf dem Damakash-Server mit Asrata. Ja, hallo und recht herzlich willkommen beim Kathedralenbau. Ja, ich war letztes Mal hier auf dem Weg. Habe ich nicht auf dem U-Bahn gewartet? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall hier an der Dingens und es wird gerade Nacht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich könnte jetzt hier schlafen. Du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich komme jetzt aber mal... Ach, warte. Ich glaube, das war es. Ich war auf dem Weg zum Bett. Okay. Ich räume gerade mal Steine daraus. Und die kann ich jetzt auch noch umwandeln. Gehe ich mal bei mir in die Kürbis-Kathedrale. Habe ja schon mal klein angefangen, eine Kathedrale zu bauen. Okay. Und hier ist mein Schlafchen. Schläfchen. Bett. So. Ich liege im Bett. Okay. Wo bist du im Bett? Bei mir. Okay, ich bin auch im Bett. Sind wir auch im gleichen Server? Ja. Weil ich habe dich jetzt nicht gesehen. Ja, ich... Hast du noch woanders im Bett, oder was? Ich bin aus... Oh... Was ist denn das Tolles? Was denn? Mein Schlaf hat mich da gespawnt, wo ich jetzt nicht mehr wegkomme. Jetzt muss ich mich hier freigraben. Okay. Hast du unten irgendwo dich jetzt eingegraben, oder was? Nein, ich bin... Bei meiner Kürbis-Kathedrale, äh, Kathedrale, hörst du mir nicht zu. Ach so, in der Stadt bist du? Ja. Na, super. Aber du bist schon noch hier unterwegs für die Kathedrale, oder was? Ja, ich bin da nur wahrscheinlich hingewiesen, weil ich, ja, auf der Suche nach... Stein war es, oder was? Schlag mich tot war. Ich weiß nicht, auf welcher Suche ich war, aber... Ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier wegkomme. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. So. Was brauchten wir denn noch? Ich war in der Wüste. Ach ja, genau, ich sollte... Fichtenholz. Dunseles Holz brauchen wir. Fichtenholz. Weiß nicht, ob das Fichte ist. Ja, das ist Fichte. Guck mal grad, ob hier der Makasch sowas hat. So, das sind eins, zwei, drei Steine drunter. Das ist eins, zwei, drei Steine drunter, das heißt, da muss der Boden hin. Alles klar. Nehmen wir mal das dunkle Eichenholz. Ja. Na. Das dunkle Eichenholz ist nämlich noch etwas dunkler. Ich mach den da erstmal hin. Wir brauchen wahrscheinlich... Ne. Was brauchen wir? Ach, das... Das Eichenholz war für die... ...für den Zaun von dem Dings, ne? Ne, das... Ach, super, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ich hält... Nein, das war für den Boden in der Kathedrale. Aber wir wollten also auch den Zaun draus machen. Das weiß ich jetzt nicht. Weil wir uns überlegt haben, ob welcher Zaun am besten passt. Dunkler oder heller? Ach so, an der Brücke brauchten wir das auch, genau. Ja gut, dann hab ich jetzt das Richtige genommen, wo ein bisschen mehr drin war. Und... Habe ich Fackel noch dabei? Leider nicht. So, muss ich das drücken? Ich muss erst eine Fackel ziehen und dann muss ich losfahren, ne? Könnte sein. Hm. Wo? Ich klaue jetzt einfach hier eine Fackel. Doch, ich glaube, jetzt läuft das mit den FPS doch ein bisschen besser. Okay. So geht nämlich nicht mehr in der Aufnahme, wie ich sehe. Na dann, super. Ja, ich hab's geschafft. Mhm. Ah... Jetzt muss ich hier die Kirche bauen. So. Das wird noch ein schweres Unterfangen. So, das ist jetzt unsere Ebene. In der wir nachher bauen müssen. Das reiß ich nachher noch weg. So. Plopp, jetzt bin ich da. Bin an der Tischtennisplatte gerade vorbeigelaufen. Ups. Okay. Jetzt laufe ich hoch. Super. Wich! So, Schippe raus und erstmal hier was wegtragen. Weil ich auch Sand brauche fürs Gerüst, in Anführungsstrichen. Oh ja, man sieht schon hier. Von beiden was, oder wie? Ja, da sieht man schon so ein bisschen... Von der Wand? ...Steine hoch. Komm. Okay. So, jetzt probiere ich erstmal die neue Brücke aus. Aber ich glaube, wir sollten dann auch einen... ...Kiesweg oder so... ...zur... ...Stadt machen. Okay. Dann mache ich erst noch zu. Also, dieses Dingensbauen wird natürlich eine richtig große Geschichte. Einfach aus dem Grunde, weil... ...muss ja ewig und... Ja, es wird schon... ...drei Tage... ...ääh... ...ne? Drei Tage bald. Ne? Das ist... ...wird schon eine Wahnsinnskuppelgeschichte hier auch, ne? So. Ich glaube, noch einen höher. War das so oder andersherum? So was. Gut. So, da muss wieder ein Stein drauf. Und... ...von den Zorn her. Na, jetzt baue ich mich hier gerade selber ein, glaube. Da muss noch einer dran, ne? Und... Oh, das hat ja nicht mal ansatzweise gereicht. Das war nicht mal die... Das war nicht mal eine Hälfte der Brücke fällig. Und da oben muss auch noch ein Stein hin. Kriege ich den von hier? Ja. So, das ist der erste Pfeiler, den wir hier haben... ...an dem die Kuppel dann anfängt. Gucken wir mal. Ja, es ist verdammt hoch. So, was hältst du von dem... ...Holz? Wovon? Wo ist das Holz? Ja, an der Brücke. Hast du noch mehr Holz davon da? Ja, noch ein bisschen. Ah, ich glaube, ich brauche noch... Kannst du mir ein Stück Holz mal gerade geben, ob das das Richtige ist? Liegt hinter dir. Okay. Kannst du mir zwei... ...oder kannst du hier vorne gerade mal zwei... ...nä, weißt du noch von den Steinen, du für die Kathedale brauchst? Hier vorne brauche ich noch zwei. Aha, das Holz ist zu dunkel für hier drinnen, das ist also anderes Holz gewesen, was ich hatte. Ja, das ist, glaube ich, das Holz, was in der 1.8 erst neu ist. Weil du hast da Eichen, warte, kann man ja gucken. Das ist Spruce, ja, also das, was in der Winterarbeit wächst. Also das, was hier wächst, ist das falsche Holz, ne? Ja, das ist Katienholz, das ist rot, das ist rötlich. Und wo finden wir das Holz, was ich jetzt brauche? Das, was du brauchst? Das ist da in der Ecke, siehst du das? Ja, ja, das weiß ich. Das ist Eiche? Das, was ich dir gegeben habe, das ist dunkle Eiche. Ja, aber die will ich ja nicht. Ich will dieses Holz haben hier an der Decke, siehst du, ne? Ja, aber dafür musst du in Schneebium und ich war ja schon mal auf dem Weg dahin. Und? Findet man da was? Man findet ja kein Schneebium. Gibt's hier kein Schneebium, oder was? Ich hab noch keins gefunden, nein. Aber du musst immer noch kurz mitkommen, bis du mir nicht. Wo bist du denn? Hier, zur Brücke. Ich brauche zwei von diesen Steinen hier auf dem anderen Ende. Weil ich habe keine mehr. Okay. Hier an den Seiten, wo der Zaun ist. Hier, da hin. Da, danke. Und noch einen, oder reicht schon? Auf der anderen Seite auch. So, ja? Gut, ja, das reicht. Gut, und da ist noch kein Schneebium gefunden, sagst du? Nein. Hm, gibt's hier keine Karte? Doch, Damakasch hatte, glaube ich, einer. Da muss ich mal gucken. Ja, siehste. Also? Also wir müssten schon dann da hin und erstmal ordentlich Holz holen, oder wie sehe ich das? Ja, aber das Holz, was ich hier habe, ist doch auch dunkel. Hast du genug mit? Ich hab noch. Das war bei Damakasch, aber ich denke mal, das wird's dann wohl auch irgendwo geben, wenn das Damakasch hat. Weil Damakasch hat ja von dem anderen auch nicht so viel. Und was ist das Holz denn, was wir hier jetzt direkt vor Ort haben? Das ist Akazienholz. Das ist rötlich. Hab ich rötliches Holz? Eichenholzbrette hab ich. Und das ist Akazienholz, okay. Weißt du was? Ich glaube... Wir brauchen kein rohes Holz, sag ich mal, ne? Ich kann schon Planken machen. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich probier mal gerade das Akazienholz aus, als ob das... Das ist rötlich. Ich weiß es schon. Passt da überhaupt nicht rein. Bist du sicher? Also ich find das passt nicht. Ich find das dunkle Holz sieht besser aus. Okay. Weil in Kathedralen ist das, glaub ich, doch auch immer mehr so ein dunkles. Gut. Also Planken nur machen, brauchen wir, ne? Wir müssen... Wir brauchen nur Planken. Wie Planken. Ja, das was da ist, oder brauchen wir auch... Das was da oben an der Wand ist, brauchen wir. Das soll die Decke sein. Und nicht das hier. Das nicht. Was? Das was auf der Erde lag, das ist ein Baumstumpf. Ja, das brauchen wir nicht. Ne, das brauchen wir nicht. Fertiges Holz ist bei der Brunde. Also verarbeite ich jetzt alles. Wenn das das gleiche ist wie da oben, ja. Gut. Hier, kannst du bei deinem ja auch verarbeiten kurz. Du hast das ja auch. Ich hab's jetzt hier zugeschmissen. Hast du's? Ja, warte, jetzt geb ich dir alles von dem Holz, was ich hab. Okay. Kannst du das nicht stackweise schmeißen? Hab ich doch. Ist schon alles? Das ist alles. Das sind fünf Stacks oder so gewesen. Ach so, ich dachte, das wären fünf einzelne gewesen. Alles klar. Also das waren, glaub ich, knapp zwei Stacks in der Truhe. So, jetzt guck ich mal. Das ist das, was wir da oben an der Wand haben, oder nicht? Das ist das. Okay. So, jetzt müssen wir nur überlegen. Das muss auch hier hin. Einer muss da noch hin. Gut. So sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. Seht schon wieder drin. Gieß haben wir sogar noch. Gut. Warte, war da unten noch mehr? Nee, das war Stein. So. Ich werd mich jetzt mal auf den Weg machen und zur Hütte. Okay. Soll ich in einen, also einen Weg machen, der einen breit ist, oder? Drei breit. Ich weiß nicht. Fünf. Fünf breit, nein. Nein, ich hatte gerade nur gezählt hier. Das sind eins, zwei, drei. Das sind zwei. Und dann muss es so bleiben. So. Hm. Ich glaub, wir können jetzt aber gar nicht mal schlafen gehen. Okay. Gut, wo bist du? Im Bett? Nee, ich kann noch nicht schlafen, aber es wird gleich. Jetzt kann ich schlafen. Okay. Hab ich auch. Hoppiu. Gut, und weiter geht's. Und es ist wieder Tag. Genau. Wenn man echt auch mal so schnell einschlafen könnte. Hatte ich nicht irgendeine Tür dabei? Ja, zwei sogar. Ja, die hab ich dir gegeben, ne? Ja, könnte sein. Jetzt nur die Frage, setz ich die da hin oder nicht? Hm. Da muss allein, da, 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 da. So passt schon. Okay. Okay. So, ich glaub, hier muss ein Pfeiler hin. Und da auch. Und dann hab ich da keine mehr. Shit, das Steine ist schon wieder alle, ey. Aber ich hab grad noch welchen in den Ofen geschmissen. Okay. Okay, passt da. Warte mal. Stopp, ist das richtig? Ich glaube, das ist verkehrt. Geht Kies jetzt kaputt, wenn man da, ähm, Feuerstein rauskriegt? Äh, Flint? Weiß ich nicht. Weil ich hab jetzt, glaub ich, ich hatte eben noch zwei und das hab ich nur einen gekommen. Schmeißt du mal ein bisschen Stein zu, ne? Okay. Ach, das war was anderes. Da liegt noch Weicher links. Sofort. Willst du dafür nicht irgendwelche Stufen nehmen? Ich bin noch nicht so weit, ich zeig dir das dann, was ich meine. Das ist sozusagen der Eingangsbereich da oben, für die oberetage. Äh, was ist das? Ach so, du willst da eine Treppe runter machen? Ja, da kommt dann noch eine Treppe hin, genau. Guck mal her. Da hab ich noch zwei Treppenstufen liegen hinter dir. Okay. So. Das ist die kleine Tür. Da müsste da einer hin. Und da muss einer hin. Und das ist der Pfeiler. So. Passt. Da sind zwei, dann machen wir da auch zwei hin. Gut. Ach, warte mal. Das Eisen müsste in der Kiste liegen, wenn schon, ne? So, da, da. Ich mach mal, ich mach mal ne Schere und dann können wir hier, geh ich mal so ein paar Bäume und mach da ein paar Blätter weg. Okay. Und dann können wir den Weg ein bisschen verschönern. Weil ich denk mal, du wirst erstmal die Kathedale bauen. Mhm. Davon hab ich ja nicht so viel Ahnung, was du da machen möchtest. Ich bin da sozusagen im Moment ja der Lieferant. Wenn das Grundgerüst steht, kann ich wahrscheinlich auch helfen, aber... So, jetzt hab ich keine Steine mehr. Super. So, und da oben, da ist ein Minecraft-Wunder. Genau. Ein Sandblock, der schwebt. Ich hab keine Steine mehr. Haben wir da noch was? Nein. Im Ofen vielleicht noch, ne? Hab ich alles schon dir gegeben. Ach, das war schon alles fertig. Hab ich alles schon zubereitet. Okay, Kohle haben wir aber noch. Kohle haben wir. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir Steine kriegen, ne? Das wäre gut. So, ich nehm mal von hier, wo man das nicht sieht, ne? Vom Dorf aus. Okay. Ich guck mir das grad so ein bisschen an, wie das werden soll. Und du zweifelst, oder was? Ne, zweifeln tue ich nicht, aber die Planung sind das halt dann, ne? Ist doch gut, dass wenigstens seiner hier einen Plan hat. Ich weiß ja auch in dem Sinne, was wir machen. Etwas. So, das. Ich bin nicht ins Specken gesprungen. Aber hier ist Kies. Und rat mal, wer Kies braucht. Also momentan ist hier jetzt was aus Stein, oder das ist aus Erde, aber das ist jetzt mal eine Testgeschichte. Weil ich möchte gerade mal so ungefähr gucken, wie groß das sein soll, die Vorplatzgeschichte sozusagen. Wenn du eine Vorstellung hast, wie viel... Weil ich Stufen dann noch setzen kann, verstehst du? Mhm. So, ich glaube, das ist gut. Es ist hier ne doofe Strömung, die... die Ecken treibt. So, das ist die mittlere Stufe. Ja. So. So, Entschuldigung fürs Husten. Gucken wir mal, dass wir die Treppe da irgendwie hinkriegen. Ich hab gleich den ganzen Kies abgebaut. Na, jetzt weißt du, warum es auf der Erde keinen Kies mehr gibt, Wald. So, geht. Weil ich da war. Okay. Ich hab mir den ganzen Kies genommen. Aber da ist ja eh keiner im Moment. Hoffe ich zumindest, dass auch keiner hingehen wird so oft. Dass er stört. Und jetzt hab ich keine mehr. Okay, auch gut. Stufen alle weggebaut. Stufen alle weggebaut. Passt. Gut. Das ist ja. So, was? Steine müssen wir jetzt klopfen, oder? Ja. Ich wollte erst hier noch ein bisschen Deko reinbringen. Wolltest du da einen Weg da vorbeiführen lassen? Äh, was meinst du, Wittweg, vorbeiführen? Ja, an der Treppe. Du siehst, wo die Treppe hochgeht, ne? Mhm. Und die soll so breit werden, wie das jetzt da oben die... Oder unten ist die Tür, glaubt er, das ist ja jetzt nicht oben, ne? Siehst du sie, was ich meine, die Türen unten? Warte. Unten waren Türen, das hab ich gesehen. Das sind schon Türen, ja. Das ist die linke, ist eine einfache, dann kommen zwei Doppelflügeligen und dann noch wieder eine einfache. Und genau auf der Breite sollen auch die... soll die Treppe hochgehen mit plus eins auf jeder Seite. Mhm. Das heißt, der Weg müsste rein theoretisch außenrum. Der Weg außenrum? Von der Treppe. Äh, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Nee, die Treppe geht ja so gerade runter, ne? Und links und rechts muss es dann ja so einen Eingang von der Seite noch haben, ne? Ich bin jetzt nicht so ganz schlüssig, ob ich die Türen da unten drinne lasse oder rausnehme und die kommen an der Außenseite dann. So. Was war das hier noch? Ich geh trotzdem nicht durchschauen. Hier unten ist natürlich unter dem Stein dann Kies, ne? Auch schön, ne? Aber ich nehme jetzt erstmal hier die Steine mit. Was hältst du hier von draußen? Ich bin noch nicht so weit. Ich muss erstmal gucken, wo ich rauskomme wieder. Ah, da muss ich noch einen Stein wegnehmen, damit ich da auch hinkomme wahrscheinlich. Na genau. Kann man nicht unten drunter gucken bei dem hier. Weiß nicht warum. Wo bist du? Hier, die beiden Pfeiler. Heckenmäßig, das ist cool. Hier da unten drunter, ich weiß nicht, ob man das sieht bei dir. Warte, ich schmeiß mal gerade was in den Ofen, damit es da vorne geht. So, wo sagst du was? Ich weiß nicht, ob man das bei dir sieht. Mit dem Kiesstein, ja. Die Kiessteine, das sieht schön aus. Ne, ne, hier links. Hier. Da unten drunter ist... Holz. Ne, das sehe ich jetzt nicht nur, wenn du es wegmachst. Ja, bei... Manchmal... Also bei manchen Texture Packs ist das so. Dass man das da drunter sieht, oder was? Ja, ich denke mal... Aber die Hecke, die Hecke sollte vielleicht nicht zwei hoch sein. Ich glaube, eins ist dann schöner. Dass die sozusagen hier den, äh... Das Brückengeländer, noch einen Stein weitermachst. Und dann füllen wir da mit Erde auf. Warte mal, ich hab schon hier... Na, komm schon. Da Erde. Und dann hier die Hecke anschließen. Aber die sollte dann... Warte mal, das wird ja hier so sein. Warte mal, wo bin ich jetzt? Hier bin ich jetzt. Das wird hier so sein, dass... Wo bin ich? Weiter hier. Das... Hier... Ist ja... Wo bist du jetzt? Ich bin hinter dir. Oder neben dir. Hier, siehst du jetzt, hier sind links sozusagen zwei Doppelflüge-Türen, die hier so reingehen. Und auf der anderen Seite, wo die Betten stehen, auch. Also müsste ich mal hier einen Weg rumführen? Genau, hier müssen wir einen Weg rumführen. Und die Hecken würde ich vielleicht vorschlagen, so diagonal hier rüber irgendwie oder sowas. Ich wollte aber nicht den ganzen Weg lang Hecken machen. Ja, dass die Hecken irgendwie so hier das Ganze begrenzen. Warte, bis hierhin so begrenzen, verstehst du? Mhm. Dass man nur über die Brücke dann da rein kann. So. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Steine da noch raus. Aber ist natürlich doof, dass wir hier so ein Biom haben, weil... Da sind die Blöcke etwas... Also nicht so... Sag ich mal... Gras... Frisch-Grün... Sondern eher so... Älter-Grün. Okay. Ja, klar. Da brauchen wir auch unbedingt ein Blätter drin. Jetzt mach ich glaube, er ist falsch, ne? Genau. Da sollte ja nichts hin. Na komm schon. Geh wieder weg. Das, das. So. Zub. 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 So. Jetzt hast du eine Vorstellung. Wie es wird. Warte. Ähm... Ich muss grad... ... hier selbst was... ... heile machen, was ich grad... ... nicht kaputt, aber... ... jetzt muss ich nur gucken... ... die Treppe soll... ... hier hin. So müsste das eigentlich stimmen. Ne, hier... ... könnte ein Geländer hin. Hast du noch Dingens? Wie heißt es? Zaun? Zaun, ja, hab ich noch. Auch den dunklen wie vom Dingens, ne? Mhm. Kannst du mir was geben? Ja. Obwohl, ne, lass mal, da oben sieht's besser, glaube ich, aus, wenn man hier nicht einen Zaun zieht, sondern hier Steine macht als Brüstung. Ja, denk ich mal. So, aber, ich würd mal ganz schnell sagen... Das... Oh ja, die Folge ist schon etwas länger geworden. ... ins Bett gehen und schlafen. Okay, dann würde ich sagen... ... recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal... ... auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.